Lange, lange ist es her Leute, dass ich den Landwirtschafts-Simulator 2018, nee 17, 18, legt mir im Arsch, gezockt heute hier auf meinem Kanal, 17 und wir haben gerade gesehen, meine Küchen, denen geht es nicht ganz gut die wollen ein bisschen was zu essen und was zu trinken haben, denn die vermehren sich langsam nach und nach, äh meine Schafe also, vermehren sich langsam ziemlich, ziemlich rasch deswegen müssen wir jetzt mal runterfahren mit dem einen Fahrzeug, mit dem kleinen hier und ich weiß, ja, ich habe zu viel Blazy gespielt, also es ist echt so hin und her wie hier überhaupt manches funktioniert, ich habe mein Auto habe ich schon unten geparkt, das habe ich jetzt gemacht, ich habe die Felder wachsen lassen, das habe ich jetzt schon machen lassen, ähm, die werden jetzt ja natürlich abgeartet, das habt ihr gesehen, und wir fahren jetzt runter, füttern die Kühe, fahren wieder hoch, dann fängt er an zu ackern, fahren dann rüber und so viel und her. Äh, an der Paisie möchte ich mal kurz sagen, besitze ich nicht das Feld 16, sondern 15, besitze Schweine, die mir sehr viel Arbeit machen, weil sie so weit weg sind, wir können uns auch mal die Hühnereier holen, und vielleicht sind doch Kühe gar nicht so die schlechte Idee, aber eigentlich die im Ansinn und einen Haufen Zeug mit sich bringen und ja, auch mal glaube ich nicht weiterreden. Ähm, der LS19 wird der nächste Zeit irgendwann mal rauskommen und darauf freue ich mich schon sehr. Der wird natürlich auf meinem Kanal laufen, so wie wie der nächste Landwirtschafts-Simulator und der nächsten und er dann auch fangen und dann auch fangen und dann auch fangen und dann auch so. Ja, aha, wir müssen so ranfahren mit denen. Nein, ich bin schneller Kollisions-Arena, ich war vor dir Du Wichser Ja, wir haben heute Mittwoch Den 26. Oder 25, 26 96, 9 Vor dem Monat war ja fast die Gamescom Ach, du heilige Scheiße Waren das Zeiten Nächstes Mal kann ich auch schon vorplanen Falls ich darf Und dann gehe ich natürlich auch hin Es hat mir Spaß gemacht Ich werde aber dieses Mal, wenn ich wieder hinfahre Einen Schlag mich tot Einen Gamebrick Color mitnehmen Den ich noch bei meinen Eltern habe Weil so wird die Wartezeit Ein bisschen Ja Verringert Kann man eigentlich fast schon sagen, oder? So, dann wollen wir mal loslegen Zuerst machen wir ein bisschen Wasser Na, vielleicht ist das natürlich mit dem Drehen ziemlich anstrengend, finde ich So, E Okay Da war hier ein paar tausend Gliederung und tausender nochmal, glaube ich, drinnen Und die müssen wir auch noch anhängen Ja Der JPC Äh, I Genau Das war's Dann können wir hier eigentlich schon wieder zurückfahren Wie viel Wir haben 800 Wolle 800 Liter Wolle Ähm, hier drinnen Okay So, Gras brauchen wir nicht Das hier können wir mal kurz machen Können wir ein bisschen sauber machen Ja, das ist so ein nerviges Ding Alles klar, was der für Kraft hat Leckt mich fett So, komm mal hier ran Ist mir jetzt auch egal Der ist jetzt soweit Okay, dann können wir den schon mal bereitstellen Wer mich kennt, selber kann man, tue ich ja sowieso nicht Ähm Ja, für die Kühe ist es doch noch Da ist es mit dem Äh, mit dem, mit dem Heu ein bisschen Jetzt habe ich das gleiche Problem mit den scharfen Äh, Schwein Dass mit dem Heu ziemlich anstrengend wird Dann haben wir den Strom Sonst, äh, Gras haben wir ja Heu kriegen wir hin Kraftfutter vielleicht nicht Das Wasser kriegen wir hin Ja, und dann Wolle ich ja nicht mehr erzählen So Ich kann mal wieder zurückfahren Und das ist hier alles erstmal voll wieder Das ist auch ziemlich teuer An der Blazey habe ich natürlich, äh, Kredite bis zum geht nicht mehr Da habe ich sämtliche Kredite ausgereizt Äh, da ich ja meine Schwester Ich wollte meine Schwester zeigen Ich will mal kurz gucken Also die sind auch nur Collision Auch auf der Blazey Und die Schilder Die Schilder hatten noch Collisionen gehabt Äh, meine Schwester zeigen wollte mit den Tieren Da war ich noch bei meinen Eltern gewesen Und da hatte ich natürlich Kreditraten genommen So hoch wie es natürlich geht Jetzt müssen wir natürlich hier wieder Geld einbringen Das ist natürlich klar Äh, ob ich natürlich schon Pläne für den 2019 habe Das sind Fragen über Fragen, Leute Also hier kann ich stemmen und dort bringe ich Hackschnitzel hin Ja, ich glaube, das kriege ich nicht mal in dieser Map hin Das wird doch zu lange dauern Überall diese Silage-Dinger Wollen wir die 2019 hinkriegen? Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Für die Mapbau Ich habe das ja angezockt 2019 Ich muss sagen, so an sich geil Sieht alles gut aus Man kann die Fahrzeuge sehen, die man umbaut und so Also wenn man hier jetzt die Zwillingsbereifung macht Dass auch die Zwillingsbereifung dann in dem Vorschau-Bild drin ist Und das finde ich richtig, richtig gut Das finde ich geil gemacht Was sonst noch alles Neues Ja, dann kann man sich natürlich streiten Neue Tiere, also die Pferde sind drin Ja, ein paar neue Fahrzeuge Das werden wir mal genau untersuchen Wenn wir das Thema haben Ja, hallo Bienchen Müssen wir jetzt hier hinfahren Auch in der Blazy habe ich kein Fahrzeugdings mehr gekauft Also kein Für die Tiere, sondern lass sie transportieren Ob das so eine gute Wahl ist, weiß ich natürlich nicht So, hier ist schon wieder dreckig Achso, ich bin auch 120er, ah Das wollte ich nicht Wir gehen auf die Echtzeit Position 1 Ja, gut Dass er das nicht annimmt hier Gut Dann fragen wir später Können wir eigentlich mal Eigentlich will ich erwarten, bis das mal ein bisschen voller ist Ja, 48% Wir müssen irgendwas machen, ich war Ich will mal wegfahren hier Aber ich glaube, Wolle bringt doch auch ja So oft auf den Kurs hier unterwegs Spinnerei 8000 Ja Können wir das eigentlich mal noch ein bisschen lassen Da werden wir jetzt was anderes machen Wir werden jetzt weit weit fahren Ohne Fernlicht Das ist natürlich schade Halleluja Da fahre ich natürlich nicht im echten Leben Wir fahren jetzt einfach mal ganz hoch Wir werden jetzt mal zu den Hühner fahren Das sind natürlich ein paar Meterchen Aber das kriegen wir hin Äh, ich werde Äh, ich werde Äh, dieses Wochenende Habe ich mir jetzt gerade so spontan überlegt Einen Großen Part Euro-DAX-Malater aufnehmen Äh, hat aber auch den Grund Äh, ein paar Themen vielleicht anzusprechen zu können Ja, weh jetzt Ob ich das mache oder nicht Na, guck mal Was ist denn jetzt hier weg? L2, 1, 3, E, F Ah, die 9 ist weg Achso, die Karte Ja, klar Das fällt mir jetzt erst auf Na, vielleicht gibt es auch keine Menschen Fällt mir gerade so auf War im Blinker Hier kommt ein Irrer vorbeigefahren So, und dann fahren wir hier hin Warum die Hühner so weit aus Abwärts sind Würde ich vielleicht auch mal wissen So, dann haben wir hier Ein Haufen Hühnereier Die, glaube ich, auch irgendwann mal Nicht mehr weitergelegt werden Beziehungsweise Im echten Die werden sie ja irgendwann mal vergammelt Ist aber so schwer Auf der Bläse Das einzusammeln Durch die ganze Zeit Hin und her gedreht So, hier noch zwei Das sah aus, als ob es war Dann gucken wir mal kurz Ob das wirklich so ist Im Stall noch ein Ei Hm, finden wir das ein Ei? Das ist natürlich eine gute Frage So wie die Frauen manchmal sich fragen Ob man das Ei des Mannes findet Ha, 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 ha Hat da raus Und jetzt schau ich zum ersten Mal Die Eier weg Weil ich jetzt auch erst mal Nachgugeln musste Wo überhaupt die Eier hinkommen Und zwar zur Bäckerei Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass man das Zur Bäckerei bringen muss Machen wir mal Tempomat rein Wir sind dann ziemlich schnell Mit dem Fahrzeug So, fast wie ich vorspulen So, ja Ich guck mal so 300 Kilometer vor So Und dann müssen wir Hier rein fahren Oh Ich wollte eigentlich blinken Aber Ja, meistens spielen Ist eh das Blinken Ich hab seit lange Nicht mehr gezockt Das ist das Traurige daran Oh, die Klappe ist noch offen So Und dann müssen wir Hier hin fahren Dann müssen wir Hier hin fahren Und dann kann man Hier die Eier verkaufen Viel bringt das mal nicht Ja, 625 Für 60 Eier Also Knappen 10 Euro für ein Ei Das ist doch schon Pure Bioanlage Von Eier Jetzt können wir Das Auto wieder runter fahren Dann ist eigentlich Der Part schon vorbei Hey, halt Wir müssen auch Demal starten Hier langsam So Dann fahren wir hier doch runter Und dann können wir mal gucken Ob ich vielleicht noch Ein Part aufnehme Oder nicht Ich weiß nicht Im Moment ist auch die Lust Zum Zacken Nie so groß Ob das traurig ist Ja Aber Brands League Kann ich euch auch nicht sagen Keine Lust auf die N64 Äh, auf den NES Keine Lust auf dem PC Keine Lust auf die PS So richtig Mehr Konsolten besitze ich nicht Doch, Mini NES Achso, jetzt die Bank Was ist denn hier überall? Ach, hier kann ich auch Eier verkaufen Aha Müsste ich mal vergleichen Ob das auch in der Playstation so ist Das habe ich hier Ja, das ist Wenn man nie dauernd hinguckt Ich glaube mal 60 Eier Und das ist wirklich Dann schon das so langsam Und 60.000 können wir ja aufnehmen Maximal in unserer Tasche War schon ziemlich übertrieben Ist eigentlich Könnt ihr euch ausrechnen Also 600.000 Die man mit einmal abgeben kann Und dann würden reichen Wenn ich allein 600 Eier habe Da habe ich 6.000 fast Grob gerechnet Und das ist viel Das ist nicht wenig Das ist sehr Ist sehr viel Das war ein kleiner Crash Der eigentlich nicht geplant war 6.000 Minus Ey, ich freue mich Wir haben so viel Minus wieder gemacht Dann würde ich sagen Lasst mal einen Daumen nach oben da Wenn nicht der ganze Part gefallen hat Trotzdem Obwohl nichts passiert Großartig bei mir Wenn euch aber das Projekt gefällt Könnt ihr auch mal einen Daumen nach oben da lassen Das würde mich auch sehr interessieren Und dann Bis zum nächsten Mal Sagt der Mens Ich bin mal gespannt Ob das überhaupt hier drauf passt Glaube ich ja nicht Aber naja Dann ist es Ist es so Jo Platschau